So, da sind wir auch schon wieder zu Mario Kart. Es geht direkt losi los mit dem Garten hier, mit dem Garten auf Doom. So, was ihr im letzten Part geschrieben hättet, tut ein Toon drinne rein. Och Gott, was das ging ab. Nein, nein, nein. Ich fand mich schon bekloppt. Das würdet im nächsten Part, wenn ihr Vorschläge hattet für Themen, etc., was ihr gerne wissen wollt. Das würde dann im nächsten Part auf jeden Fall rankommen. In diesem Part leider noch nicht. Tut mir leid, tut mir leid. Nein, nein, nein. Oh, knapp, oh, knapp. Yeah, johu. Nein. 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 Ich würde mich aber auf jeden Fall noch mal bedanken für die unzählig 100.000 Abonnenten, die ich jetzt erreicht habe. Nein, Spaß habe ich nicht. Aber, ähm, wir haben uns, wo ich angefangen habe, habe ich immer die großen Repover geguckt. Äh, und habe mich damals immer gefreut, wie ein Schnitzel, die zu gucken. Ich denke, es ist immer, Goyle, Goyle, so ungefähr, ne? Und mittlerweile gucke ich hier alle nicht mehr, sondern sehe die mir alle als Kollegahs. Naja, nicht alle. Ich kenne ja nicht alle, ne? Aber die, die ich kenne, die ich früher geguckt habe. Also, Zombie habe ich regelmäßig geguckt. Auch wenn er damit so viele Abonnenten hatte, wie ich, und zwar 50. Und ich hatte sogar mehr. Aber trotzdem, ich war gerne bei ihm dabei. Wir haben so viel tolle Dinge erlebt. Sex am Strand, nein, Spaß. Aber wir hatten ganz Terraria und sowas, halt. Nein, nein, okay, okay, ist schon gut. Betreib nicht, beleidigt mich nicht. Verunschuldigt mich nicht, verunschuldigt mich nicht. Ich rede gut Deutsch. Aus der Bahn. Ich hoffe, ich treffe wen mit meinem Panzer. Das wäre lustig. Ich habe wen mit meinem Panzer getroffen. Das war lustig. What the fuck? Mein Panzer hat mir den Arsch gerettet. Ich schubst mich nicht. Ja, es ist Wasser gefallen. Ich schütte ihm recht. Ich habe eine Wolke. Loris, 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 bitte. Nimm sie mir ab. So. Ah, nein. Ich bin ja weg. Das ist die dritte von dritter Runde. Papa braucht ein gutes Item. Oh, ein Pilz. Papa braucht ein gutes Item. Do die, do die. Oh, Mann. Ich bekomme echt gar kein Item. Ich fühle mich ein bisschen verarschelit. Ne, ne. Lass mich doch mal durch. Ich bin Arzt. Ohne Scheiß jetzt. Nein, ich bin stehen geblieben. Oh, ich könnte kotzen. Oh, ich bin letzter. Ich bin überfahren geworden. Ohne Witz, ich könnte gerade richtig abkotzen. Das war richtig schlimm, wie ich verkacke. Okay, in der nächsten Runde fahre ich hundertprozentig besser. Ich verspreche es euch. Ohne Witz, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht geworden in B.O.W. Ähm, B.O.W. In Mario Kart. Komm ich auf B.O.W. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja schon mal hundertmal erzählt, wie ich zum Lisbon gekommen bin. Das war eine sehr traurige, emotionale Story. Spaß, weiß ich nicht. Bitte warten. So. Dann suchen wir uns wieder aus. Bla, bla, bla. Pepp locht. Ringbohrn. Nein. Nicht den Ringbohrn Boulevard. Den Namen kann ich nicht schreiben. Ich will den nicht wieder schreiben müssen. Boulevard ist ein schweres Wort. Da bin ich mir Yakumo, Weide oder Kokospromenade lieber. Oder in 64 Bowserfestungen. Oder gar nichts. Und jetzt kommt Frage, Fragezeichen und dann kommt Ringbohrn Boulevard. Das wäre doch mal was. Fick dich. Nein. Jetzt könnt ihr erst mal mich beim Verkacken sehen. Beim Ringbohrn Boulevard online gegen andere. Nehmen wir jetzt einer mit einem Rennauto. Ich will auch ein Rennauto. Wir fahren ganz langsam hinterher. Wir lassen keine Hektik. Wir lassen alle anderen mit Absicht vor. Jetzt ist es mir die erste Dings verpasst, weil ich verkackt habe. So, ersten Puncher. Nein, 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 nein. Zweiten Puncher. Hahaha, ihr Noobs. Ich werde euch vernichten. Yeah. Oh, knapp. So. Fakt. Da hat mich runtergeschubst, der Blödkopf. Ich habe so verkackt jetzt. Ohne Scheiß jetzt. Ich bin so verkackt. Verkackt. Hahaha, so. Go. Ha. Ha, Pits. Bringt mir hier nichts. Hahaha. Nichts, weil ich hier innen runterfallen würde. Lalalala. Lalalala. Nein, nein, nein. Auffassen. Nein. Ich hasse es. Warum muss diese Bahn genau da sein? Ohne Witz jetzt. Ich verkacke so in dem Level. Ich verkacke so hart. Ich dachte, es kommt ein normales Level und dann kommt hier Regenbogenbulle. Kacke. Wer hat sich nur so einen Scheiß ausgedacht? Der Empfinde, der von Regenbogenbulle war, muss erschossen werden. Juppi, jupla, Karabata. Ja, hier wieder drei Pilze. Warum? Ich bin nur ganz normal in Mackey gefahren. Das Spiel verarscht mich so hart gerade. Es verarscht mich einfach. Jedes Spiel verarscht mich. Ha, erster. Ha, erster. So. So. Trotzdem verkackt das Spiel mich. Was? What the fuck? Nein. 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 Oho. Oho. Nein. Oh Gott. Oh nein. Nein. Ich bin da noch untergefallen. Haha. Ich hasse das Level. Ich kann es nicht. Bauerscheiter. So. Ich habe schon viele Momente, in denen ich wach wurde. Ähm. Ich habe mittlerweile ziemlich viele Spiele hier bei mir rumgammeln, die ich nicht alle momentan spiele, beziehungsweise so gut wie nie, obwohl ich sie spielen möchte. Okay. Äh. Aber das Problem war's, wenn man jetzt Player ist, dann denkt man immer, scheiße, ich fall runter. Dann denkt man immer, oh, ich will mich mir das auffüllen, das Play bleibt, ist das immer lustiger. Na? So. Man erfährt jetzt auch mal wieder. Ja, ich bin letzter und ihr. Ich krieg nur Pilze, obwohl ich neunter bin, irgendwie fühle ich mich ein bisschen verarscht. Meiner driftet nicht mehr, ich drücke Drift-Taste und man macht nichts. Das ist das Problem, deswegen komme ich nicht um eine Kurve. Das liegt alles an der Taste, das ist die eine Taste, deswegen werde ich letzter. Genau wie in der einen Taste. Die Taste ist Verderbens. Ha! Frisst das so. Voll den Blitz gegeben. Ah! Rakete! Gerettet! 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 Ich werde nicht neunter werden. Oh, der wird jetzt. Ich will noch ein Item. Ich brauche nochmal eine Rakete. Irgendwas. Oh! 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 Aber ich bin eh nicht achter. Also ich werde nicht letzter, aber achter immerhin. Scheiß Level ey. Ohne Witz jetzt. Fuck! Minus 102 fucking Punkte. Ich hasse Regenbogenboulevard. Regenbogenboulevard ist so scheiße. Bald Regenbogenboulevard ist. Ich kündige. Ich bin weg. Mua. So. Also Spiele, die ich auf jeden Fall gerne spielen will, ist die Mass Effect Reihe, die ewig dauert. Deswegen mal ich da auch wie. Darksiders, Resistance 3, Max Payne 3, die 4 Reihe, Bioshock und all sowas. Ich habe so viele Sachen, die ich eigentlich gerne spielen würde. Aber ich würde auch die ganzen Wii-Spiele spielen. Naja, wie zum Beispiel Tod's Fabrik. Ja, Super Mario Galaxy, Zelda, Kirby, Mario Party. So viele tolle Dinge mit Titten. Zum Beispiel. Kennt ihr die Werbung? Wo ist das? Was ist das? Das ist der Arsch der Welt. Und so ein Hintern. Das ist auch cool. Oh, schon wieder Yoshi Kaskaden, wo ich eben schon so verkackt habe. Bitte einen guten Start, bitte einen guten Start. Ja, nein, doch nicht. So. Ich war so gut dabei, ne? Und dann dachte ich mir, nein. Mein, 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 mein Spieler hat sich dagegen entschieden. Der hasst Aufmerksamkeit, deswegen spiele ich extra schlecht. Nur aus dem Grund richtig. Papa braucht ein Item, Baby. Ja, bitte jetzt ein Item, bitte ein Item, bitte ein Item, bitte ein Item, bitte ein Stern. Wir sind immer noch fünfter. Oh, ich werde sofort wieder von drei Leuten auf einmal überholt. Wie ich es hasse. Oh, der wird's, dann schiebt mich auch noch so ein Kackvieh weg. Warum schaffe ich die nicht wegzuschieben? Was geht denn los? Ich verkacke diese Runde. Na, 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 na. Ich verkacke diese Runde. Haha, da ist Level. Alles hasst mich gerade so richtig. Pau! Ich hab zwei Stück noch überholt, glaube ich. Yo, dritter. Ich hab noch zwei Stück gegen ihn überholt. Bam, 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 bittibitch. Yo, bam, 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 bittibit. Yo, 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 yo. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.